Ja, da steht er. Da ist wieder ein schönes Bett drin dabei. Da steht er. Da steht er. Erstes Weibchen in Weisweteln. Einziger Nachteil. Ich laufe gerade mitten im Wasser. Ein Alpenschneeh... LOL! Was? Da hauen Alpenschneehühner ab. Mach mal nicht den jetzt. Ach, die sind genau da gelandet vor mir. Lufthof. Defensiv. Na komm, wir müssen doch irgendwann mal wieder aufsteigen. Entweder hat er jetzt gepasst oder hat er nicht gepasst. Keine Ahnung. Oder sag's jetzt doch mal bei Ralfon. Oh, der hat echt DIA gemacht. Schon wieder so ein Zwerg. Das ist mein dritter oder so, der gerade so DIA macht. Was für ein Vieh? Der Weiswedel. Immer noch. Ach so. So was hat er gemacht? 256? Ja. Ja. Das ist halt irgendwie Merced. Ich weiß nicht. So zwei 650er DIAs sind halt irgendwie echt nix besonderes, ne? 165 pro Tonne? Da würde ich doch... Das ist ein Safer DIA wahrscheinlich. Da sind... So 40.000 locker sein. Was ist das? Das bringt das vielleicht so hart. Nice. Geht's kloppen. Na, gerade so. Aber reicht ja. Diamant ist Diamant. Au. Das kann nicht angenehm sein. Ich mein, roter sei eh, aber... Au. Okay. Als ob. Als ob. Das ist Nummer 3. Weil das ist nochmal размер ist. Weil das ist ein Weitzes. Das ist Nummer 3.. Aaaaah ... Oh Du hast es. Ah! Was? Was? Wird's falsch oder geht's drauf oder was? 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 Holy shit. Wie viele Leuchte gerade erwischt? Ein blätten Schwarm, Mann. Stand da irgendwie noch 65 Meter. Wenn du willst, kann ich mich ja auch ready machen und ich kann nochmal einen zweiten hinterher schieben. Aber das solltest du eigentlich schon machen können. Ja, ich muss nur mal gucken, dass ich irgendwie eine besserte Unterlage wie mein Betttuch vielleicht habe. Für die Maus, aber ja, das geht schon. Ja, ich muss noch mal kurz gehen, weil dann kann man ihn hier neben den Bäumen perfekt schießen, ne? Ich kann den so aufschießen. Also, ja. Aufmerksam. Aufmerksam. Ja, ich mach den jetzt einfach. War der gefasst? Ich hab nicht mehr Spotpuppet. Ja, der probt. Ich hab auch nochmal geschossen, ne? Also, just for safety, weil du ja gemeintest, du weißt nicht, ob du gut schießen kannst. Ja, ich hab auch, glaub ich, ein bisschen zu weit nach rechts gedruckt. Ich wollte eigentlich aufs Herz, aber... Hab ich halt die Lunge wahrscheinlich, aber das hoffe ich. Ja, ja. Okay. Ja, aber der Erste ging im Lungenflügel. Ich hab 4 und 9 und 3 ist die Money bekommen. Ja, du hast da nochmal Leber, Magen, Darm hinterher. Na, ich collecte dir mal, äh, da ein Fressgebiet. Hier ist ein Fressgebiet. Okay. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas getroffen hab, Mann. Ja, ich musste eher hier sein, ne? Womit ich im Jagddruck. Wie hat das denn bitte funktioniert? Vor allem, welche hab ich da getroffen? Ich hab's nicht aufgenommen. Ja, ja, ja. Ja, weil ich jetzt mich von Truton... Ich bin Truton, sei schon von Auerhand abbringen. Ich hab's nicht aufgenommen. Ja, ne? Also, das war das epidemic inspirierter. Ja. Okay. 886 oh die ist richtig groß ich glaube die ist richtig groß, sagen wir es nicht so ok Okay. Okay.